Denn das Reich Gottes ist inwendig in euch. Die ganze Fülle des göttlichen Seins. Ihr braucht nirgendwo hinzugehen, ihr braucht sie nicht zu suchen, ihr braucht niemanden zu fragen. Es ist alles in euch. Händet ihr den wahren Zugang zu euren inneren Wirklichkeit, zu eurem wahren göttlichen Sein, zu eurem wahren Selbst, zu der Wirklichkeit Gottes, die ihr im Grunde eures Seins wirklich selbst seid? Händet ihr diesen Zugang nicht verloren? Bräuchtet ihr nirgendwo hinzugehen? Ihr bräuchtet niemanden zu fragen? Es bräuchte keine Meister zu geben, die euch dann sagen, wer ihr wirklich seid. Und ich könnte mir diese ganzen Worte hier sparen. Aber das ist eben das Dramatische. Der Mensch hat sein wahres Sein vergessen. Und das ist das. Und hat ein falsches Sein aufgebaut von Körper, Geist und Welt, mit dem er sich identifiziert und zu sein glaubt und eine Welt, mit dem er glaubt, dass sie substanziell Raum und Zeit ist und er darin lebt und gebunden ist. Und das ist damit gemeint, wenn Meister Eckart sagt, der Mensch muss zu einem vollkommen totalen Vergessen seiner selbst in alle Dinge gelangen, solange du noch die äußere Erscheinungswelt und all diese ganzen Gegebenheiten und die Erinnerung deines Tone, Erinnerungsgeflechts für Wirklichkeit hältst und in deinem Bewusstsein aufrechterhältst, solange bist du raumzeitlich gebunden und wenn du raumzeitlich gebunden bist, bist du ebenso erdnischwert, dass du dich nicht erheben kannst in das strahlende Licht der Gottheit. Um das wirklich zu erfahren, wie Paulus sagt, alles erfüllt von der Fülle Gottes, um das wirklich zu erfahren, musst du leer werden. Du kannst nicht angefüllt sein mit allen möglichen Dogmen und Konzepten und dann glauben, dass die göttliche Weisheit sich in dich eingießt und dich emporhebt über alle Irsationen von Raum und Zeit, sondern du musst vollkommen leer werden, vollkommen leer werden. Es ist so, wie der Philosoph Ryoko zu Sendmeister Nansen kommt und er sagte, ja, ihr kennt mich ja, ich bin Philosoph, Meister der Mathematik und dies und das und jenes und ich bin jetzt gekommen und möchte nur noch die Wahrheit des Zents erfahren. Und er sagt, na gut, setz dich mal hin, trinken wir doch erstmal ein bisschen üblich, so begrüßen und ein Tässchen Tee. Gute Idee, sagt er. Ja gut, ja, dann kommt der aufsichtshabende Mensch, ja, macht den Tee und alles ist unter schweigend, es darf nix gesprochen werden, bevor der Meister das erste Wort redet. Und dann ist es soweit, der Tee wird eingegossen. Der aufsichtshabende Mensch, die kann und gießt dem Philosoph den Tee ein, die Tasse immer voller und voller und voller, er kommt schon bis an den Rand und der Philosoph guckt schon ganz entsetzt und der aufsichtshabende Mensch guckt den Meister an und er sagt, weiter, weiter, weiter und er geht dann weiter und weiter, die Tasse läuft über den Tisch, läuft schon schließlich über das Gewand von dem Philosoph, der springt auf, Meister, Meister, seht ihr da nicht, die Tasse ist doch voll bis oben hin. Halt, sagt der Meister, wenn du sagst, die Tasse ist voll bis oben hin, schlaft der Ligniertum vor. Du bist nämlich voll bis oben hin mit allen möglichen intellektuellen Sperrmüll und kommst zu mir und erwartest da schon noch die Weisheit obendrein eingieße. Werd erst mal vollkommen leer. Dann können wir über die Weide sein, ein Wörtchen reden. Also, meine Lieben, das ist meine Empfehlung an euch, werdet vollkommen leer wie ein altes, leeres Weihrauchfass in einem alten, verlassenen Dorftempel, heißt es im Sinn. Weihrauchfass Weihrauchfass